So, da sind wir auch schon wieder zurück, denn ihr wisst ja, eben gab es das Geschenk. Jetzt gehen wir natürlich hin und gucken, was heute die Tagesaufgabe ist. Dazu müsst ihr ja einfach nur hier auf das Sternchen gehen, dann ab in die Loge, aber da gehen wir direkt hin. Nur kurze Info an alle neuen, auch an die neuen Abonnenten, die schon abonniert haben, kommen einige derzeit zurück. Auf jeden Fall sind die schon mal gegrüßt. Wer noch kein Abonnent ist, warum solltest du abonnieren? Ganz einfach, wir machen Custom Games mit Preisgeld. Auf jeden Fall nach Weihnachten, also das ist garantiert. Es kann schon an Weihnachten losgehen, kommt darauf an, wie das Ganze mit meinem Telefonanschluss läuft und so weiter. Also garantieren kann ich da eigentlich noch nichts, hundertprozentig. Aber die Telekom hat mir halt zugesichert, dass an Weihnachten mein Internetanschluss umgelegt wird und ich in der neuen Wohnung dann Internet habe. Und dann können wir auch wieder anfangen mit den Custom Games, dann werden auch die Skinverlosungen alle kommen. Also wie gesagt, ein Abo lohnt sich auf jeden Fall. Aktiviert die Glocke für die Livestreams und schickt mir halt gerne eine Freundesanfrage an yt-familyhack, wenn ihr da irgendwelche Skins gewinnen wollt. Weil ihr wisst ja, wir müssen 48 Stunden miteinander befreundet sein. Dann kurz, was hier den Skin betrifft, habe ich oben schon rechts was verlinkt. Guckt euch das Ganze einfach mal an oder guckt unter meinen Videos, wie ihr diesen Skin bekommt. Und derzeit 4000 Aufrufe, für mich ist das eine gute Hausnummer. Also wer noch nicht weiß, wie das in euer Inventar kommt, gerne da mal vorbeischauen. So, wir gehen direkt mal rein in die Hütte und gucken mal einfach mal, was wir heute machen müssen. Ihr wisst ja, einfach hier auf den Strumpf gehen und dann in meinem Fall E drücken. Ihr müsst da X drücken oder je nachdem, was ihr gerade benutzt. Und was müssen wir machen? Neue Winterfester-Ausfrage. Ich verwerbe dich in der Winterfest-Lose am Kamin auf. Oh, das ist doch gut. Wir sind ja schon direkt hier. Weil hier ist ja der Kamin. Warte, jetzt muss ich nur gucken, wie ich da hinkomme. Zack. Ah, da seht ihr es. Da steht Toastik. Jetzt habe ich gerade den Controller in der Hand, also nicht wundern. Kann sein, dass am PC E drücken, an der Xbox A und auf der Switch meine ich sogar Y. So, wir gehen einfach mal hin. Zack. Schon haben wir es. Wir haben unser Geschenk bekommen. Okay, mehr müssen wir hier scheinbar nicht machen. Das war doch mal eine einfache Aufgabe, oder meint ihr nicht auch? Kickflip 2020. Ach, die Silvester-Sets. Warte mal. Ah, nice. Der ist schon mal nice. Und der ist auch nicht schlecht. Wenn ich mal wissen würde, was da steht. Könnt ihr lesen, was da steht. Ach, 2020. Lol. Ich habe da statt die zwei habe ich ein Z gelesen. Also, mehr müssen wir da nicht machen. Ganz einfach. Wie gesagt, ihr habt es ja gerade gesehen. Wenn ihr es nicht ganz verstanden habt, guckt euch das Video einfach nochmal an. Es war eigentlich ziemlich easy. Ihr müsst einfach auf das Kaminfeuer gehen. Und das war es eigentlich schon. Mehr müsst ihr nicht machen. Einfach hier, frohes Winterfest, den Typ angucken. Dann seht ihr hier links, Toastig. Dann nochmal X drücken. Und schon habt ihr es geschafft. Jetzt passiert natürlich nichts mehr. Haben wir ja gerade erst gemacht. Aber ich denke mal, das wird jeder hinbekommen. Also, viel Spaß mit den zwei Rücken-Accessoires. Wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen früh wieder zum Shop. Vielleicht ein bisschen später. Weil, wie gesagt, ich schlafe schon in der neuen Wohnung. Komme halt dann, wie gesagt, immer gerade rüber. Macht das Video für euch. Und gebt neue Informationen preis. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon damit. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Lasst gerne ein Abo da. Like da lassen. Vergesst es nicht. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Bye.